Halb 6, 20 vor 6. 10 vor 6, 6. Ich will eher, ob ich die Runde da hochladen darf. So ins Finale bekämpft. So. 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 Ich habe ein paar Puzzle-Täme hier. Das war's für heute. Ich schaue das. Das war's. Das war's. Dieses Plop-Geräusch. Das war's. Aber ich bin schon mal froh, dass wir den Ton doch nochmal normal gemacht haben. Ich weiß halt nur nicht, ob das Update nur dafür war. Petschnurz habe ich keinen gefunden. Das war's. 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 Mein Name ist Note. Das war's. Das war's. Begrüß якliuerne recycene Länder Corrüssia Ralph. Untertitelung des ZDF, 2020 ja ich hab blizzard ich hab ice king raus gemacht und blizzard rein weil die haben ja mit dem patch den blizzard auch verbessert von daher hab ich mir gedacht wo gehst du mal mit blizzard weil die ice king waren zwar gut weil die haben gegner halt verwundbar gemacht aber ich find blizzard für gerade gruppen besser ich war gestern richtig beschissen ich habe im auslösen gestanden stand gefunden eisspitter durchbohren sieben mal sieben mal und das mindeste an dass sie weniger schaden machen so ich habe im moment durchbohren vier mal drin habe ich ihn macht ja egal extra erste schwarze weg hatte dann ja ich hab es extraiert und dann wurde es noch zu vier mal von sieben auf vier unter achte meinte auf eine waffe tun die nicht aufgelevelt achte meinte auf achte meinte auf achte